Liebe Freunde der BEG-Predigten, nun gehen wir schon in die dritte Woche ohne Livestream, aber die Vorbereitungen am neuen Standort kommen gut voran. Ein Ende der Interimszeit rückt in Sichtweite und wir hoffen, ab Oktober dann aus dem neuen Gebäude im Norden von Hannover, also von Mellendorf aus, senden zu können. Bis dahin stellen wir weiterhin in dieser Form eine frühere Predigt jeweils zur Verfügung und zusätzlich kann man ab sofort am frühen Sonntagabend 17.30 Uhr den Audio-Livestream aus unserem Exil mitverfolgen, also den gesamten Gottesdienst. Hier an dieser Stelle geht es jetzt um Hiob. Der Mann rückt uns immer dann besonders nahe, wenn die Luft dünn wird, Schwierigkeiten sich türmen und eine Hiobsbotschaft die nächste jagt. Dann erfahren wir, was Martin Luther den verborgenen Gott nannte, den Deus Absconditus. Aber trotzdem liegt auch darin eine besondere Chance, wie uns der Text aus Hiob 2 zeigen wird. Hören Sie dazu die Predigt vom 24.10.2021. Der Bibeltext ist auf den ersten Blick verwirrend, denn er beginnt mit einem Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Hören Sie Hiob 2. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan unter ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Wir wollen noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, alle Zuhörer auch, die bei den Livestreamen wieder dabei sind. Es geschah in Minneapolis, in Minnesota, auf dem Hazeltine Golfkurs bei den US Open im Jahr 1991. 91. Plötzlich braute sich ein Unwetter zusammen. 40.000 Besucher suchten Schutz vor dem Regen und am elften Loch des Golfkurses flüchteten zwölf Menschen vor dem Gewitter, ausgerechnet unter einen hohen Baum. Man warnte sie, das nicht zu tun, sie taten es trotzdem in der Eile. Und gerade dieser hohe Baum wird nun vom Blitz getroffen. Sechs Menschen können sich retten. Die anderen sechs verlieren plötzlich ihr Leben. Einer stirbt noch gewissermaßen mit der Hand in der Hosentasche. Warum traf es ausgerechnet diesen einen Baum am elften Loch? Er war der Höchste, weit und breit. Er ragte aus allen anderen Bäumen heraus. Und darum traf ihn der Blitzschlag. Dieser Baum ist ein Bild für Hiob. Hiob ragte aus allen seinen Zeitgenossen heraus. Gott sagt in Vers 8 von Kapitel 1, das haben wir letzten Sonntag gesehen, seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Er war der höchste Baum gewissermaßen. Warum? Weil er mit seinem Leben Gott dienen will. Weil er in Gottes Urteil, und darauf kommt es an, ein hingegebenes Leben führt. Ein Gott hingegebenes Leben, das seine Ehre und seine Zustimmung sucht. Und geprägt ist vom Vertrauen. Mein Schöpfer meint es gut mit mir. Vorbildlich. Und gerade deshalb traf ihn dieser Schlag. Weil er der höchste Baum war. Deshalb ereilte ihn diese Katastrophe. Das haben wir letzten Sonntag auch gesehen, wo Gott dann sagt in Vers 8, Kapitel 1, Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenden Menschen, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan aber antwortet dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst Gottes fürchtig? Er hat doch so viel davon. Du segnest sein Leben. Und nochmal, damit wir das richtig verstehen. Gott behauptet nicht, dass Hiob sündlos ist. Er ist nicht vollkommen, aber er ist ganz. Er ist dem allmächtigen Gott wirklich mit seinem Leben ganz hingegeben. Und das ist die Krux. Das ist das Dunkle an dieser Biografie, dass Hiob so ein hoher Baum ist. Wenn jemand für Böses leidet, dann kann man das noch nachvollziehen, irgendwie. Aber wenn er leidet, nicht obwohl er Gutes getan hat, sondern weil er Gutes getan hat. Das ist ja hier die Begründung. Und dann, tja, wie soll man dann damit umgehen? Und auch in unserem Text heute, in Kapitel 2, wird diese Tatsache noch einmal ausdrücklich betont. Weil Gott sagt, dass Hiob all dieses ereilt in Vers 3 ohne Ursache. Ohne Ursache. Das heißt, ohne dass auf seiner Seite dafür einen Grund, eine Schuld vorläge. Hiob ist insgesamt ein Sünder wie alle Menschen. Und die Tatsache, dass es Leid und Not in dieser Welt gibt, hat natürlich die Ursache des Sündenfalls. Und wir alle werden in diese Existenz gewissermaßen mit hineingeboren und wir vollziehen das mit. Und insofern hat natürlich auch das Böse etwas zu tun mit unserer Schuld und mit dem Sündenfall. Aber hier geht es um diese spezielle Situation. Und dafür trug Hiob überhaupt keine Schuld, nicht den Hauch. 0,0 ohne Ursache. Das macht Gott an dieser Stelle ganz, ganz deutlich. Und gerade das macht die Situation so verstörend, so erschreckend, ja so anscheinend sinnlos. Für Hiob selbst, für seine Frau, für seine Freunde, wie wir dann ab der nächsten Predigt sehen werden. Und für uns auch. Für uns genauso, weil Gott uns ja auch in seinem Handeln oftmals unverständlich erscheint. Warum ist nun dieses Ereignis in meinem Leben passiert? Seht kein Grund. Ich kann keine Erklärung dafür finden. Warum lässt Gott im größeren Rahmen einer Familie oder einer Gemeinde oder einer Stadt oder einer Gesellschaft bestimmte Dinge geschehen? Warum lässt er sie zu? Wie viel hat er selbst damit zu tun? Unverständlich. Unverständlich erscheint Gott uns oft in seinem Handeln und in seinem Zulassen. Nicht nur mit Hiob. Aber das gehört zu dem großen Porträt, das Gott uns in seinem Wort über seine Person und über sich selbst offenbart. Nicht nur bei Hiob. Ja, Gott hat auch, das sagt die Bibel sehr deutlich, eine verborgene Seite. Gott hat eine verborgene Seite, die uns zu schaffen macht, weil wir sie nicht ergründen können. Die Reformatoren haben für diese verborgene Seite Gottes einen sehr treffenden Ausdruck gebraucht. Sie sprachen vom Deus Absconditus, von dem verborgenen Gott. Gott ist der Deus Revelatus, der sich uns offen und frei zeigt in seinem Wort, in seinem Sohn Jesus Christus, in vielem, was er tut, in der Geschichte, durch die Worte seiner Propheten. Gott ist der sich offenbarende und offenbare Gott, Deus Revelatus. Aber die Bibel macht ebenso deutlich, und das sehen wir unter anderem hier bei Hiob, er ist eben auch der Deus Absconditus, der verborgene Gott. Auch als Christen erleben wir solche Situationen. Und damit wir mit diesen Situationen richtig umgehen können, dafür hat Gott, auch dafür hat Gott uns dieses Buch Hiob gegeben. Und unser Thema wird heute deshalb lauten, Gottes Verborgenheit, Risiko und Chance. Gottes Verborgenheit, Risiko und Chance. Das ist unser Thema heute Morgen. Letzten Sonntag haben wir gesehen, wie Hiob bewahrt wurde. Wie trotz all dem, was da auf ihn einprasselte, Verlust seiner Güter, Verlust, was das Schlimmste war, seiner Kinder, dass Hiob trotzdem bewahrt wurde, davor seinen Glauben zu verlieren. Und wir haben voller Staunen am Ende gehört, wie er sich zur Erde neigt, Gott anbetet, wie er nicht die Faust in den Himmel reckt, sondern sein Angesicht in Erde um Gott anzubeten. Und dann sagt er, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. So konnte Hiob nur handeln, weil Gott ihn bewahrt und beschützt hatte. Und wir haben das voller Staunen und auch Erleichterung gesehen. Aber trotzdem ist Hiob dadurch keine längere Ruhe gegönnt, denn der Teufel gibt noch lange nicht auf. Der Teufel gibt so schnell nicht auf. Und das sehen wir in unserem heutigen Text, Kapitel 2. Es geschah beines Tages, ganz ähnliche Szene wie in Kapitel 1, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan, um sich vor den Herrn zu stellen. Fast wortgleich, aber ein Satz kommt hier dazu im Vergleich zu Kapitel 1, um sich vor den Herrn zu stellen. Beim ersten Mal lief der Satan so gewissermaßen mit und Gott hat ihn dann herausgefordert. Aber hier hat man den Eindruck, der Satan kommt und sagt, jetzt will ich mal sehen, was mit dem Hiob ist. Wir werden den schon kleinkriegen, ich und meine Dämonen. Er kommt, um sich vor den Herrn zu stellen. Und da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde, vom Umherwandeln darauf, wie beim letzten Mal. Und da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Und merken Sie, man hört richtig Gott die Freude darüber an, dass sein Knecht sich bewährt hat. Er sagt, wir haben das Experiment in dieser Hinsicht gemacht und du siehst, Hiob hat voll bestanden. Er ist mir treu geblieben. Und nachdem der Teufel also gescheitert ist, es ist offenkundig das Scheitern des Teufels in dieser Situation, denn Hiob hat genau das Gegenteil von dem getan, was der Teufel vorhergesagt hatte. Der Teufel hat gesagt, nimm ihm das alles weg, was du ihm in deinem Segen, in deiner Segensflut immer wieder schenkst. Und er wird von heute auf morgen sagen, gut, wenn mir das alles genommen wird, wenn ich nichts mehr von meinem Glauben habe, nicht mehr Health, Well, Prosperity, Gesundheit, Reichtum und Wohlstand, wenn das alles weg ist, was soll mir dann dieser Gott? Aber genau so hat Hiob nicht reagiert. Und Gott erinnert den Teufel voller Freude daran. Er sagt dem Teufel, deine These ist widerlegt. In der Wissenschaft würde man sagen, die These des Teufels wurde falsifiziert. Sie wurde widerlegt. Hiob war treu geblieben, trotz massiven Leids. Und es ist so schön, wie man die Freude Gottes aus diesen Worten heraushört. Und Gott sagt nochmal diese vier Kriterien, die ja auch im ersten Kapitel schon standen, er zählt das einfach nochmal auf, also unterhaltlich Recht schaffen, der Gott fürchtet und das Böse meidet, um die Konsequenz und die Eindeutigkeit Hiobs herauszustellen. Also ich muss kein einziges Wort davon zurücknehmen. Ich sag's dir nochmal, Satan. Alle Punkte hat er genauso eingehalten. Wir kennen aus Lukas 15, aus den Gleichnissen vom Verloren, diese Aussage, dass im Himmel Freude ist über einen Sünder, der umkehrt. Lukas 15, Vers 7. Und hier sehen wir, im Himmel bei dem Allmächtigen Gott ist Freude über einen Gottesfürchtigen, über einen Christen, der seinem Herrn treu bleibt. Auch darüber ist erkennbar Freude im Himmel. Lasst uns doch dem Herrn Freude machen. Und diese Grundhaltung Hiobs, dieses Hingegebene, dieses Treue, das drückt der Text durch ein Wort besonders aus. Ein Wort, was in diesem Abschnitt besonders häufig vorkommt, nämlich dreimal. Und das ist das Wort, das im hebräischen Tam. Das steht zweimal in Vers 3. Einen so untadeligen Mann. Seine Tadellosigkeit betont Gott. Und später wird seine Frau auch nochmal davon sprechen. Hältst du noch immer fest an deiner Tadellosigkeit. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, wir haben das letztes Mal schon kurz gesagt, diese Vollständigkeit, dieses Ungeteilte. Tadellos meint nicht, er ist einfach ein anständiger Mensch. Nicht so, er benimmt sich gut. Sondern hier ist viel, viel mehr gemeint. Er macht keine faulen Kompromisse. Er hängt an Gott mit seiner ganzen Existenz. Schlachter übersetzt Tadellos. Benedikt Peters übersetzt in seinem hervorragenden Kommentar. Vollkommen. Er ist vollkommen. Da steht immer vollkommen bei Benedikt Peters. Und damit will er nicht sagen, er ist sündlos. Aber er ist vollkommen in seiner Hingabe. Er hängt ganz dran an seinem Herrn. Und Luther und Menge übersetzen einfach mit fromm. Und das ist der beste Sinn von fromm. Nicht, dass man ein paar religiöse Regeln einhält, sondern dass man in seinem Herzen Jesus gehört und ihm mit ganzer Hingabe dienen will. Und in dem Sinne hat der alte bayerische Bischof Betzel auch definiert, was ist Frömmigkeit? Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Ich hänge mit meinem Leben an ihm. Und das ist Hiob. Und das ist das Kennzeichen der echten Christen bis heute. Wir hängen an unserem Schöpfer, der unser Herr und unser Retter ist. Und das steht im schreienden Gegensatz zu dem, was uns der Zeitgeist immer wieder nahelegen will, dieses Streben nach menschlicher Autonomie. Ich bestimme selbst. Ich entscheide selbst. Wobei diese Autonomie eher eine eingebildete Autonomie ist. Bloß das merken die meisten Zeitgenossen nicht. Und Hiob lebt das Gegenteil zu dieser humanistischen Autonomie. Er lebt diese Abhängigkeit. Er lebt diese Frömmigkeit. Er will das. Trotz dessen, dass auch er ein fehlerhafter Mensch ist. Und deswegen beißt sich der Teufel die Zähne an ihm aus. Weil Hiob fromm ist. Weil Hiob in diesem Sinne vollkommen ist. Tam. Aber so schnell gibt der Satan nicht auf. Wir wissen ja, etwa aus Epheser 6, Vers 12, dass der Satan fightet. Dass er kämpft. Dass er versuchen will, die Leute Gottes zu stören in ihrer Nachfolge. Und Menschen, die noch nicht zu Gottes Familie gehören, daran hindern will, überhaupt jemals dazuzukommen. Der Teufel verfolgt das Böse leidenschaftlich. Und er lässt niemals davon ab, solange er wirken kann. Und deshalb macht er das auch bei Hiob so. Er wiederholt seine längst widerlegte Diffamierung. Also Hiob glaubt ja sowieso nur, solange es ihm persönliche Vorteile bringt. Und in dem Moment, wo die äußeren Vorteile weg sind, da wird er dir den Abschied geben. Er schiebt jetzt nochmal nach. Und er macht das erneut mit einer sehr niederträchtigen Begründung. Und es ist aufregend, wie aktuell diese Begründung ist. Der Satan aber, Vers 4, antwortet dem Herrn und sprach Haut für Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Und man könnte übersetzen, gibt er hin für sein nacktes Leben. So ist das hier gemeint. Aber strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. Also geh ran an seine Gesundheit. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Zweiter Versuch. Gott, den entscheidenden Test mit Hiob hast du ja noch gar nicht gemacht. Du hast ihm die Schlinge noch nicht eng genug um seinen Hals gezogen. Und dann bringt der Teufel dieses Sprichwort, Haut für Haut, alles opfert der Mensch für sein Leben. Das heißt, man gibt einen Teil weg, um den Rest zu retten. Hiob opfert notfalls die Haut seiner Knechte. Er opfert notfalls die Haut seiner Kinder. Nur um seine eigene Haut zu retten. Haut für Haut. Und der zweite Teil des Sprichwortes schlägt in genau die gleiche Kerbe. Er sagt, wenn es um sein nacktes Leben geht, dann ist der Mensch bereit, alles andere ohne großes Federlesen zu opfern. Wenn es um sein nacktes Leben geht, dann gibt er alles weg. Seines Menschen, die er opfert, Loyalitäten, die er opfert, Überzeugungen, die er opfert, heilige Prinzipien, die er opfert, oder sogar sein Verhältnis zu Gott, das er opfert. Und damit bezichtigt der Teufel Hiob erneut dieser totalen Selbstsucht, dieses brutalen Egoismus. Solange der noch etwas anderes aufgeben kann als sich selbst, wird er es garantiert machen. Und er wird dir absagen, wenn du ihn in dieser Weise anfasst. Pack jetzt zu! In dem Moment, wo du an sein nacktes Leben herangehst, an seine nackte Existenz, da verliert alles andere seinen Wert. Da wird Hiob allen Glauben dahinfahren lassen, alle Verantwortung für seine Nächsten, alle Verantwortung vor Gott. Da wird er hinter der schwarzen Wolke seines Leidens, hinter dem dichten Nebel der unbeantworteten Fragen Gott nicht mehr finden und nicht mehr finden wollen. Und damit kommen wir zu einer ersten Auswirkung der Verborgenheit Gottes, die wir unbedingt bedenken müssen, Gottes Verborgenheit, erstens kann zur Anfechtung werden. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Es kann zur Anfechtung werden. Der Teufel will Hiob durch die Not dahin zu treiben, endlich so zu reagieren, wie der Teufel es Hiob unterstellt. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Differenzierung haben. Der Teufel will Hiob in die Not treiben und dann soll Hiob so reagieren, wie der Teufel mit seiner bösartigen Unterstellung vorhergesagt hat. Und Hiob wird, so sagt der Teufel, sich an sein nacktes, erbärmliches Leben klammern und dafür alles andere opfern. Müssen wir daran erinnern, dass Hiob Jahrtausende vorhergeschrieben wurde, bevor der Philosoph Giorgio Agamben genau diese Versuchlichkeit des Menschen erneut beschrieben hat. In unseren Tagen, wo Agamben vor einer Gesundheitsdiktatur warnt. Das ist die gleiche Argumentation, der wir uns dort gegenüber sehen und vor der Agamben warnt, nämlich er nennt das die Abtrennung des biologischen Lebens vom Bewusstsein. Er sagt, das biologische Leben ist das nackte Leben, in die nackte Existenz. Und das Bewusstsein steht für Freiheit, steht für Würde. Und Agamben hat festgestellt, seit der frühen Neuzeit ist diese Abtrennung des biologischen Lebens ein Unterdrückungsinstrument totalitärer Mächte. Seit der frühen Neuzeit. Und er bekam jetzt in dieser Argumentation starke Unterstützung des bekannten Sprachwissenschaftlers Professor Gumbrecht, der Agamben ausdrücklich zustimmt. Gumbrecht schreibt in einem Aufsatz, ich zitiere, und so rechtfertigt plötzlich die absolut gesetzte Erhaltung des biologischen Lebens undemokratische Übergriffe der politischen Macht, die immer deutlicher auf Dauer gestellt wird, mittels durch Covid-19 geschürter Furcht vor ihrem eigenen Tod, sind die meisten Bürger offenbar zu jeder Art von Verzicht motivierbar. So Professor Gumbrecht. Haben Sie es gemerkt? Hier erkennt man Schatten der Denkweise, die der Teufel auch dem Hiob unterstellt hat. Mach ihm Angst um sein nacktes Leben, dann wird er dafür alles andere opfern. Es hat den Anschein, dass momentan genau darauf die Propaganda des staatlichen Narrativs zielt. die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und alles, was dazu dient, den Schrecken weiterhin aufrecht zu erhalten, dient der Machtstabilisierung der Mächtigen. Einige Krankenhäuser, in Hessen zum Beispiel, erwägen 2G für Besucher. Mich fragte gestern auch eine Frau noch weiter im Süden, in Rheinland-Pfalz, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn meine alten Eltern in deinem Krankenhaus liegen? Und sie sagen, nein, du darfst hier nicht rein. Du darfst hier nicht mal mit einem Test herein. 2G, darunter machen wir es nicht. Was soll ich dann tun? Der Philosoph Jürgen Habermas hat nun auch noch einmal in seinem vor kurzem erschienenen Aufsatz in diese Kerbe geschlagen. Darauf werden wir zu einem späteren Zeitpunkt, nicht heute, noch einmal eingehen müssen. Aber es zeigt, wie lebendig diese Debatte ist. Und Habermas, inzwischen 93-jährig, der die neomarxistische Prägung unserer Gesellschaft, wie wahrscheinlich kein anderer Philosoph vorangetrieben hat, Habermas erweckt den Anschein, dass wir noch ein ganz gefährliches Infektions- und Sterberisiko hätten. Und er fordert dann in diesem Aufsatz, der in den Blättern für deutsche und internationale Politik erschienen ist, den Vorrang des staatlichen Gesundheitsschutzes über alles öffentliche Leben. Und Habermas fordert, also er der wahrscheinlich prägendste Philosoph der letzten 30 Jahre, er fordert wörtlich einen temporären, also einen zeitweiligen Rückfall unter das rechtliche Niveau reifer Demokratien. Fordert Habermas. Also wenn ich das etwas zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ein bisschen Diktatur, darf sein. So Habermas vor wenigen Tagen. Wir werden darauf an anderer Stelle zurückkommen müssen. Im Namen der Erhaltung, der vermeintlichen Erhaltung des biologischen Lebens. Das ist genau die Denkweise. Und das ist der Plan des Teufels. Vers 5. Strecke doch deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. So wird er dir sicher ins Angesicht absagen. Und was sagt Gott? Da sprach der Herr zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand, nur schone sein Leben. Und dann lesen wir in Vers 7, was Verborgenheit Gottes bedeutet. Gott kann einiges zulassen. Bei Hiob zeigt sich umgehend eine heftige Symptomatik und das nach allem, was er in der jüngsten Zeit schon durchgemacht hat. Er kommt ja nicht frisch und gesund in diese Auseinandersetzung. Er liegt ja schon am Boden. Er hat die Kinder verloren, was sicherlich das Schlimmste war. Er hat den gesamten Besitz verloren. Er steht ja schon total unter Druck. Und wo er schon gewissermaßen am Boden liegt, tritt der Teufel nochmal drauf. Wir lesen in Vers 17 mit Erschrecken, da ging der Satan vom Angesicht des Herrn hinweg und er plagte Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle bis zum Scheitel, sodass Hiob eine Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Ein schreckliches Bild. Hautkrankheit mit Wundschorf. Eine exakte medizinische Differenzialdiagnose ist aufgrund der Symptome kaum möglich. Da gibt es eine spannende Diskussion. Einige haben an Pocken gedacht und andere darauf verwiesen, dass es ein ähnliches hebräisches Wort gibt, das für Blattern benutzt wird in 2. Mose 9. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle eine furchtbare Qual. Möglicherweise rechnet Hiob damit, daran zu versterben. Und es fällt auf, dass weitere Symptome bis hin zu den psychosomatischen Folgen einer Depression bis mindestens zu Kapitel 30 immer wieder auftauchen. Ich kann das jetzt nicht in Ausführlichkeit abhandeln. Kommen wir aber nochmal drauf. Also Appetitlosigkeit, Kraftlosigkeit, Wurmbefall, Eiter, Atemnot, Sichtprobleme, Dauerschmerz und so weiter und so weiter. Es hat Folgen. Und der ganze Prozess zieht sich über Monate hinweg, wie wir in Kapitel 29 erfahren. Und in diesem Prozess verliert Hiob immer mehr die Kontrolle über seine Situation. Er fühlt sich immer mehr ausgeliefert. Er wird zunehmend fixiert auf seine körperliche Qual, so wie der Satan es plant. Er will ihn ja sozusagen eingrenzen auf diese nackte biologische Existenz. Und der Schreiber lässt keinen Detail aus, wo er in Vers 8 sagt, sodass Hiob diese Scherbe nahm, um sich damit zu kratzen, während er mitten in der Asche saß. Alles, was von Hiob geblieben ist, ist ein Bild des Jammers und der Erbärmlichkeit innerhalb kürzester Zeit. Früher, da war er prominenter Ehrenmann, Führungspersönlichkeit, in seiner Region. Er hat in den Toren der Stadt gesessen, Ratschläge erteilt, das Tagesgeschehen kommentiert. Und jetzt bleibt ihm nur noch die Müllkippe dort, wo man die Asche verbrennt. Möglicherweise gehörte das auch zu einem Trauerritual, in dieser Asche zu sitzen, als Zeichen der Hinfälligkeit. Aber wissen Sie, was noch auffällt? Diese Einsamkeit. Er sitzt da fast wie ein Ausgestoßener. Das haben ja viele sehr erfolgreiche Männer vor allem erlebt, dass, nachdem sie alles verloren hatten, nachdem ihr Betrieb pleite gegangen war, nachdem sie in einen Korruptionsskandal verstrickt gewesen waren, oder was auch immer, dass von einem Tag auf den anderen alles weg war, was vorher an Zustimmung, an Applaus, an Unterstützung, an vermeintlicher Freundschaft ihnen entgegengebracht wurde. Und noch ein Detail erspart uns der Schreiber nicht, wie Hiob sich mit der Scherbe kratzt. Vermutlich, um diesen Juckreiz zu lindern. Um den Juckreiz zu lindern. Aber er weiß ja, dass das eigentlich nur noch schlimmer wird durchs Kratzen. Die Entzündungen nehmen zu. Also menschlich gesprochen, wenn Sie sich dieses Bild von Vers 7 und Vers 8 anschauen, ist das nur noch demütigend. Es ist nur noch demütigend. Und sollte noch so ein Funke an Hochmut und Selbstgefälligkeit in Hiobs Herzen gewesen sein, das wird ihm in diesen Stunden vergangen sein. Und zugleich wissen wir als Leser von Vers 3, ohne Ursache, ohne Ursache, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der höchste Baum. Und nun fragt der Leser natürlich, nachdem er von den Kindern erfahren hat, wo ist eigentlich seine Frau? Wo ist eigentlich seine Frau? Aber als sie dann die Szene betritt, in Vers 9, wünscht man sich, sie hätte es besser nicht getan. Denn anstatt ihren Mann zu trösten und ihn zu ermutigen, packt sie ihm noch ein weiteres steinschweres Paket auf seine ohnehin schon geplagte Seele drauf. Das ist der schrecklichste Satz in diesem ganzen Kapitel, Vers 9. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? An deiner Frömmigkeit? An deiner Hingegebenheit? Sage dich doch von Gott los und stirb. Zitat Ende. Das ist krass, ne? Wahrscheinlich ist ihre eigene bittere Traurigkeit, die das auslöst. Ihre eigene zornige Verzweiflung, die sich nun wie in einer wüsten, bitteren Anklage gegen ihren Mann richtet. Der kriegt alles ab. Er kriegt alles noch dazu drauf geladen. Wie wichtig ist es doch gerade in schlimmen Stunden, eine krisenfeste Frau an seiner Seite zu haben. Das wäre ihre Berufung gewesen. Gott hatte doch gesagt, 2. Mose, 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin schenken, eine Eser, die um ihn sei, die ihm den Rücken stärkt, wenn es ernst wird, die ihn tröstet, die ihm gut zuredet, die sagt, und ich halte trotzdem zu dir und meine Bewunderung für dich und meinen Respekt vor dir, zumal er hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen, ist trotz dieser Not, die dir jetzt widerfährt und trotz dieser Verluste, die wir erleiden müssen, kein bisschen geringer, als es vorher war. Und wir zwei gehen da gemeinsam durch. Wir zwei gegen den Rest der Welt. Sollte sie reden müssen, dann wäre sie ihrer schöpfungsgemäßen Bestimmung gerecht geworden. Und sie tut genau das jämmerliche Gegenteil. Sie lässt sich hinreißen und das ist das Schlimme. Sie lässt sich hinreißen, als verlängerter Arm des Teufels zu agieren. Genau das macht sie. Und das zeigt der Text auch. Man fragt sich, kommt jetzt möglicherweise heraus, dass sie in ihrem Inneren den Glauben Hiobs womöglich gar nicht aus vollem Herzen geteilt hat? War diese Frau vielleicht jahrelang so ein Mitläufer und hat sich an Hiobs frommen Aktivitäten nicht gestört? Äußerlich war sie dabei, aber innerlich vielleicht nicht. Als der Mensch, der Hiob doch am nächsten stehen müsste, macht sie sich jetzt zu Satans Sprachrohr. Und woran sehen wir das? Das sehen wir daran, dass sie ihren Mann gerade dafür angreift, wofür Gott ihn in Vers 3 ausdrücklich gelobt hatte. Schauen Sie mal diesen Vergleich sich an. In Vers 3, da sagt Gott dem Teufel gegenüber voller Stolz über Hiob, er hält immer noch an seiner Tadellosigkeit fest. Und das, wofür Gott den Hiob lobt, genau exakt dafür kritisiert seine Frau ihn. Denn sie sagt es fast wortgleich, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit. Gott sagt, siehe, gut, Hiob hält fest an seiner Tadellosigkeit. Und sie sagt, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Du Fanatiker! Du Unbeirrbarer, du Unbelehrbarer, Selbstzerstörer und uns hast du mitzerstört. Sie stellt sich gegen Gott. Das ist das Schreckliche in dieser Situation. Davon kann man, denke ich, einen sehr praktischen Rat für Eheleute ableiten. Ihr Frauen, kritisiert eure Männer nie für etwas, wofür Gott sie loben würde. Kritisiert eure Männer nie für etwas, wofür Gott sie loben würde. Gilt umgekehrt natürlich genauso. Aber die Frau Hiobs findet sich jetzt in einer eigentümlichen Koalition mit dem Teufel wieder. Und da ist es dann nur konsequent, dass sie Hiob genau zu der Verzweiflungstat auffordert, die der Teufel vorhergesagt hatte, dass er Gott absagen soll. Das ist der bisher schlimmste Moment in Vers 9, wo sie sagt, sage Gott ab. Sie ist jetzt der Verlängerte Arm Satans und provoziert ihn, will ihn zu dem Schritt provozieren, den der Teufel in seiner Diffamierungskampagne vorhergesagt hatte. Schlimmer geht's nicht. Natürlich, das müssen wir sehen, hat auch diese Frau eine qualvolle und zermürbende Zeit hinter sich. Es war auch ihr wirtschaftlicher Besitz, der sich in Luft aufgelöst hat. Es waren viel wichtiger auch ihre 10 Kinder, die plötzlich das Leben verloren hatten. Auch ihr war das passiert innerhalb eines einzigen Tages, die gesamte Existenzgrundlage weggerissen zu bekommen, der Boden unter den Füßen plötzlich nicht mehr da. Ihre Trauer muss quälend gewesen sein, ihre Nerven zerrüttet. Das müssen wir alles zu ihrer Verteidigung gewissermaßen mit berücksichtigen an dieser Stelle. Und doch, sie hatte immer noch ihren Mann und sie hat einen Mann, an dem sie sich festhalten konnte, der trotz dieser Not Gott vertraute. viele Frauen haben das nicht, sie hatte das noch. Aber gerade den scheint sie in diesem Zustand schon nicht mehr zu ertragen. Und in ihrer schäumenden Verzweiflung überschreitet diese Frau eine letzte Linie, die Hiob das Herz brechen musste. Als wenn etwas ihn umhauen konnte, dann dieser Satz, dass sie dann sagt, wirf doch dein Leben weg. Alter, wirf dein Leben weg. Was soll's denn noch? Und hier sehen wir, der Teufel kann jemanden sogar durch nahestehende Personen anfechten. Selbst wenn diese nahestehenden Personen es gut meinen, anders als Hiobs Frau. Wir haben eine Situation, wo eine nahestehende Person es gut meint, nämlich in Matthäus 16, wo Jesus davon den Jüngern berichtet, dass er jetzt ans Kreuz gehen muss, um für ihn zu sterben und dann nimmt ihn Petrus beiseite und er meint es gut. Matthäus 16, 22 und fing an ihm zu wehren und sagt, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir bloß nicht, geh bloß nicht ans Kreuz. Und wie antwortet ihm Jesus? Er sagt, Petrus, zu Petrus folgendes, weiche von mir Satan. Weiche von mir Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Du willst mich dazu verleiten, Petrus den Weg des Vaters zu verlassen und eure Rettung nicht am Kreuz zu vollenden. Also sogar gut meinte Menschen können zum Instrument des Teufels werden und Job's Frau hier erst recht, sie spricht auf, worauf der Teufel mit seiner Aktion zielt, er will den Menschen verderben. Das ist das erklärte Ziel des Teufels. Der Teufel will den Menschen ins Verderben treiben, in den Tod, in die Gottesferne, in den Selbstmord. Und so ist das höchstwahrscheinlich gemeint, wenn sie sagt, sage Gott ab und dann beiß ins Gras, stirb. Bring dich um. Was du noch hast, ist kein lebenswertes Leben mehr, Job. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Im Februar letzten Jahres hat das Bundesverfassungsgericht in einem historisch zu nennenden Urteil eine weitere Säule unseres Rechtsbewusstseins eingerissen, wo es genau um diese Frage geht. Da hat das Bundesverfassungsgericht das ausdrückliche Recht zur Selbsttötung begründet, was letztlich auch den Weg zum assistierten Selbstmord öffnet. Februar 2020. Begründung die Autonomie des Menschen. Da haben wir es wieder. Diese Selbstbestimmung, die das Gericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht abzuleiten behauptet. Und hier vollzog sich, das fiel gar nicht mal so vielen auf, ein weiterer höchstrichterlicher Schritt weg vom biblischen Menschenbild. Das binäre Verständnis des Menschen, Mann und Frau, hatte man ja auch schon aufgegeben beim Bundesverfassungsgericht. Und jetzt ist das gewissermaßen konsequent der nächste Schritt weg vom biblischen Menschenbild, mit dem man Gottes Anspruch auf das Leben des Menschen bestreitet, aushebelt. Und überlegen Sie bitte Folgendes. Während das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat immer mehr eingeschränkt wird und zur Unterstützung dient auch jetzt dieser neuerliche Aufsatz von Habermas. Während das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gegenüber dem Staat immer mehr eingeschränkt wird, wird es gegenüber Gott immer mehr ausgeweitet. Und dadurch setzt sich der Staat zunehmend an Gottes Stelle. Ja, das Selbstbestimmungsrecht gegenüber dem Staat immer mehr zurückgefahren und gegenüber Gott immer mehr ausgeweitet. Das ist eine Pervertierung. Und so setzt sich der Staat auch durch seine Rechtsgebung zunehmend an Gottes Stelle. Das Verfügungsrecht des Menschen, darüber sein eigenes Leben zu beenden, bedarf, Zitat, Bundesverfassungsgericht, keiner weiteren Begründung oder Rechtfertigung. Und dagegen macht Gottes Wort etwas anderes deutlich. Die Organisation Christen im Dienst an Kranken hat dazu in ihrer letzten Zeitschrift hervorragende Artikel veröffentlicht und in einem davon heißt es, dass Suizid in der Bibel nie legalisiert wird, sondern vielmehr Endpunkt des geistlichen Zusammenbruchs ist, der Verzweiflung und der Rebellion gegenüber Gott. So bewertet die Bibel Selbstmord. Und der Theologe Adolf Schlatter schreibt, mit dem gotterfassenden Glauben steht die Vernichtung des eigenen Lebens immer im Streit, denn sie ist Verzicht auf Gottes Hilfe, Griff nach der schrankenlosen Verfügungsmacht über uns selbst und Auflehnung gegen das uns beschiedene Los. Das ist Selbsttötung, so Adolf Schlatter in seiner evangelischen Ethik. Mit der Begründung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar letzten Jahres, die dem Lebensmüden gewissermaßen ein totales Verfügungsrecht über sich selbst zugesteht. Was geschieht da? Da wird der Leidende völlig auf sich selbst geworfen und gerade dadurch in eine letzte Einsamkeit gestoßen. Du stehst alleine, du hast die Selbstverfügung und dabei, und das muss man sehen, ist diese Selbstverfügung nichts anderes als eine Täuschung, nichts anderes als eine Illusion. Martin Luther hat mit seiner berühmten Metapher vom Reittier dieses biblische Menschenbild noch einmal auf den Punkt gebracht. Übrigens in derselben Schrift von 1525, in der er über den Deus Absconditus schreibt. Und damit macht Luther deutlich, der Mensch ist nicht autonom, sondern er wird entweder vom Teufel geritten oder von Gott. Es gibt keinen dritten Weg. Und damit widerstreitet er dem humanistischen Bild vom Menschen, das es in seiner Zeit auch schon gab. Aufkommen der Renaissance. Damit streitet Luther gegen diese humanistische Illusion, der Mensch wäre in der Lage, seine eigene Existenz selbst zu rechtfertigen und seinen eigenen Sinn zu stiften. Nein, wir haben uns nicht selbst in der Hand. Wir werden im Letzten entweder von Gott oder vom Teufel gelenkt. Und überlegen Sie, was daraus folgt. Daraus folgt, wer gezielt von Gott wegläuft. Wer Gott das Letztverfügungsrecht der Selbstbestimmung, sondern er landet letztlich in den Armen des Teufels. Und das zeigen diese Verse. Aber Hiob selbst, welche Gnade durchschaut noch jetzt die Bodenlosigkeit, er durchschaut noch jetzt diese zerstörerische Dekadenz, die aus den Worten seiner Frau spricht. Das ist unerhört. Vers 10, wie er reagiert. Er sagt, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Und das ist noch taktvoll formuliert. Er sagt nicht, du bist eine törichte Frau. Er sagt auch nicht, Frauen sind immer töricht. Dann kriegt er auch wieder ein Diskriminierungsverfahren an den Hals. Das sagt er alles nicht. Sondern er sagt, du redest wie eine der Törerinnen. Wie eine törichte Frau. Es ist dekadent. Es ist völlig unrealistisch, was du hier behauptest. Dieser Moment ist der bisherige Höhepunkt seines Leidens. Verstehen Sie, wie betrogen muss er sich gefühlt haben? Wie verlassen, wenn der eigene Ehepartner, der einen von Gott her durch den Rücken stärken soll, ob es will oder nicht, die Karte des Teufels spielt. Und welche geistlichen Sorgen wird Hiob sich um seine Frau gemacht haben? Und trotzdem gibt er ihrem zerstörerischen Impuls nicht nach. Er gibt ihm nicht nach. Warum? Weil der Herr sein Leben nicht preis gibt. Das ist Vers 6. Der Herr gibt sein Leben nicht preis. Der Herr hatte zum Satan gesagt, siehe erst in deiner Hand, aber schone sein Leben. Schone sein Leben. Und das war nicht eine Bitte an den Teufel, sondern ein absoluter Befehl. Du wirst sein Leben schonen. Ich halte ihn fest. Und Hiobs Leben gehört immer noch dem selben Gott, der in Jesaja 41 Vers 10 von sich sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen, das ist unser Gott. Und das sieht man auch an Hiob hier in dieser Situation, dass Gott das wirklich tut. Und damit sind wir bei einer zweiten wichtigen Wahrheit über Gottes Verborgenheit. Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Gottes Verborgenheit kann zur Anfechtung werden, aber Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Auch der Deus Absconditus verliert seinen Ratschluss keine Sekunde aus den Augen. Er weiß immer, was er tut, immer, immer, mit ihrem Heimgang und kam dann doch wohlbehalten von der Operation wieder nach Hause. Und dann sagt sie in den Worten dieses Liedes, der da oben wollte mich noch nicht haben und wie ich ihn kenne ist das für mich gut. Der da oben will mich wohl noch hier unten. Der weiß ganz genau und immer, was er tut. Gottes Verborgenheit hatte diese ältere Christin verstanden, spricht nicht gegen seine Macht. Das müssen wir festhalten. Verstehen Sie, die Kurzsichtigkeit des Menschen, hier verkörpert ich Hiobs Frau, die kann das nicht verstehen. Und dann konstruiert man sogar theologische Theorien, um Gottes Kurzsichtigkeit zu rechtfertigen. Es gibt im Englischen, es ist aber auch nach Deutschland teilweise gekommen, dieses Konzept des Open Theism, offener Theismus, der Gott menschlicher erscheinen lassen soll und nicht ganz so allmächtig. Und dann sagt man, ja, wenn guten Leute böse Dinge passieren, kann das nichts mit Gott zu tun haben. Er wusste es nicht im Voraus, dass sie passieren, sonst hätte das ja verhindert. Und je nachdem, Gott reagiert nur auf die Situation, nachdem er weiß, was passiert ist, er ist nicht allwissend. Das ist eine Kampfansage an Gottes Allwissenheit, an Gottes Allmacht. Das ist eine ganz klare Heresie, dieser Open Theism. Und 215 Vers 3 stellt es klar, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Alles. Und das bedeutet, auch der verborgene Gott behält das Gesetz des Handelns fest in seinen starken Händen. Er trägt keinen Machtkampf mit dem Teufel aus. Dazu ist der Teufel viel zu erbärmlich und zu schwach. Er muss vor ihm antreten. Und wir sehen in allen Phasen hier, es ist wirklich so erstaunlich, was in diesem Buch alles steckt. In allen Phasen ist letztlich Gott derjenige, der die Entscheidung trifft. Das haben wir in Kapitel 1 Vers 16 gesehen. Während dieser noch redete, kam ein Himmel und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel. Ja, das kam letztlich von Gott beziehungsweise unter Gottes Zulassung. Und ist Ihnen das aufgefallen? Hiob sagt nicht, der Herr hat es gegeben, der Teufel hat es genommen, sondern Hiob sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Hiob weiß, wer dahinter steht. Hiob weiß, dass Gott allmächtig ist. Oder jetzt bei uns in Kapitel 2 in Vers 3, wo nochmal deutlich ist, wo Gott sagt, du Teufel, du hast mich dazu reizen wollen, das mit Hiob zu machen. Gott ist und bleibt der Handelnde. Der Teufel, wir sagten es schon, ist der Kettenhund, und er darf nur so weit, wie Gott will. Das müssen wir festhalten. Die Verborgenheit Gottes, das ist so wichtig, spricht nicht gegen seine Macht. Das mindert keineswegs die Schuld und die Verantwortung des Menschen. Keineswegs. Denn der Mensch will ja das Böse. Der Mensch, der muss ja nicht erst zum Bösen überredet werden. Der Teufel muss die Leute, die dem Hiob dann Böses tun, die Chaldea, die muss der Teufel ja nicht bearbeiten, sagen, nun tut doch endlich mal was Böses, ihr edlen Chaldea. Der Mensch will das Böse, dazu braucht er nicht vom Teufel sozusagen trainiert und angestiftet zu werden. Das Böse ist immer Schuld des Menschen, der im tiefsten seines Herzens danach strebt. Das hat der Jesus in Matthäus 15 zum Beispiel deutlich gesagt, wo er sagt, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Matthäus 15 Vers 18, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen und dann Vers 19 aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Das ist der Mensch, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Wenn Gott uns nicht zurückhielte, täten wir noch viel mehr Böses. Und sobald Gott die Kette länger lässt, wirkt sich das aus. Sobald Gott die Kette länger lässt, wirkt es sich aus. Und deswegen ist, wenn man Gottes Souveränität hinter all diesem Geschehen sieht, dass keine Entschuldigung nach dem Motto, der Mensch kann ja nichts dafür. Nein, der Mensch will es und er tut es und er kann so weit gehen, wie Gott gewissermaßen die Kette locker lässt, wie Gott diesen Widerstand wegnimmt, der das Böse und dem Bösen aufhält. So ist es. Und das heißt, Gottes Verborgenheit im menschlichen Leid widerlegt niemals seine Macht. Auch wenn wir die Art, wie Gott seine Macht einsetzt, zugegeben, manchmal nicht verstehen. Wir verstehen es manchmal einfach nicht. Wir haben auch keinen Anspruch drauf, weil wir so kurzsichtig sind. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Wir sind ja noch nicht vollkommen. Aber wenn wir es nicht verstehen, wie Gott seine Macht einsetzt, schmälert das Gottes Macht als solche überhaupt nicht. Es demütigt nur unsere Besserwisserei. Und darauf hat Spurgeon hingewiesen, der größte Prediger wohl des 18. Jahrhunderts, in seiner Auslegung zu Matthäus 20 Vers 15. Da zitiert Jesus in einem Gleichnis, das er erzählt, seinen Vater im Himmel, wo Gott sagt, habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist. Matthäus 20 Vers 15. Jesus legt Gott diese Worte in den Mund, dass Gott sagt, habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist. Und hören Sie, was Spurgeon dazu schreibt. Spurgeon sagt, es gibt keine Lehre, die von den Weltmenschen mehr gehasst wird, wie die großartige, verwunderung weckende, aber allergewisseste Lehre von der Souveränität des unendlichen Herrn. Und man könnte hinzufügen, auch von manchen Christen wird sie nicht gemocht. Die Menschen erlauben es, sagt Spurgeon, Gott, die Menschen erlauben es, Gott, überall zu sein, nur nicht auf seinem Thron. Sie lassen ihn ruhig in seiner Werkstatt, die Sterne und die Welten formen. Er mag auch gern im Armenhaus seine reichen Gaben verteilen. Sie erlauben Gott, die Erde zu tragen oder die Wogen des allzeit bewegenden Meeres zu beherrschen. Wenn sich aber Gott auf seinen Thron setzt, dann knirschen seine Geschöpfe mit den Zähnen. Und wenn wir einen auf seinem Thron sitzenden Gott verkündigen, der das Recht hat, mit dem seinen zu verfahren, wie er will, seinen Geschöpfen zuzuteilen, wie und was ihm wohlgefällt, dann beginnt man zu zischen und uns zu verwünschen, dann hat man keine Ohren mehr für unsere Botschaft, denn ein Gott auf seinem Thron ist nicht ein Gott nach dem Geschmack der Mehrheit. Und dieser Gott auf seinem Thron, genau den sehen wir hier bei Hiob. Und noch einmal, das ist also keine Bestreitung seiner Macht. Und von diesem Gott, der auf seinem Thron sitzt, zeugt das ganze Buch. Und auch darum, und das ist hochinteressant, hatte ich noch nie vorher entdeckt, wird der Teufel nach dieser Szene im Buch Hiob gar nicht mehr auftauchen. Es wird noch 42 Kapitel geben, der Teufel taucht nicht mehr auf. So wichtig ist er nun auch wieder nicht. Verstehen Sie? Und das bekräftigt nochmal, Hiob und auch wir haben es mit Gott zu tun. Der Teufel versucht uns zu piesacken und uns vom Weg abzubringen, aber die eigentliche Sache gehört geklärt zwischen Gott und Hiob. Und der Teufel kann ab Kapitel 3 ruhig verschwinden. Gott behält jederzeit die Verantwortung in diesem ganzen Geschehen. Gott behält jederzeit den Überblick. Gott behält jederzeit die Macht. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und dadurch verstehen wir zwar noch nicht in jedem Fall, wie er handelt, aber liebe Mitchristen, es ist doch tröstlich. Es ist doch tröstlich, weil es uns vergewissert, dass Gottes Verborgenheit seine Macht nicht in Frage stellt. Und dann noch eine wichtige Beobachtung, die müssen Sie unbedingt sehen und die müssen Sie unbedingt mitnehmen. Die Art, die Souveränität, wie Gott seinen Hiob durch diese Krise führt, ist nicht nur ein Hinweis auf seine Macht, sondern zugleich ein Hinweis auf seine Treue. Und das führt uns nun zum dritten Befund über Gottes Verborgenheit. Also wenn Sie mitgeschrieben haben, Gottes Verborgenheit kann zur Anfechtung werden. Zweitens, Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Und drittens, Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Treue. Trotz des Drucks dieser harten Tage und trotz der Treulosigkeit seiner Frau ist es dem Hiob geschenkt an Gott festzuhalten. Das ist Vers, Vers 10, der letzte Vers, den wir für heute auszulegen haben. Vers 10, Erber sprach zu ihr, du redest zu ihr, eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte Hiob sich nicht mit seinen Lippen. Wenn wir das Gute von Gott angenommen haben, sollen wir das Böse nicht auch annehmen? Gott, trotz des Drucks, trotz der Treulosigkeit seiner Frau, schenkt Gott es Hiob, an Gott festzuhalten. Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Treue. Und warum funktioniert das so, wenn ich das so sagen darf? Warum, ja das ist der falsche Ausdruck eigentlich, warum schafft Hiob das? Der Grund dafür wird uns im Neuen Testament genannt. Jakobus 5, Jakobus 5, das ist die entscheidende Stelle im Neuen Testament über Hiob. Die erklärt uns das. Jakobus 5, Vers 11, da heißt es, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiob's standhaften ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das lernt Jakobus aus dem Buch Hiob. Der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Wären wir auf den ersten Blick auch nicht drauf gekommen. Gottes Erbarmen, das ist das Entscheidende hier, sagt Jakobus. Und Jakobus schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott behält in jeder Sekunde dieses Prozesses die Hand an seinem Hiob dran. In jeder Sekunde. Kaum ein Theologe hat so drastisch von der Verborgenheit Gottes gesprochen wie Luther. Er kannte das. Und Luther neigte vielleicht sogar mehr noch als Hiob von seiner Disposition her zu Schwermut. Luther hat manchmal ganz, ganz schwarze Stunden erlebt. Und die Käthe musste ihn dann da immer wieder rausholen. Ja, die hat sich anders verhalten als Hiobs Frau. Der hatte seine Käthe. Das war eine Gnade Gottes. Und schauen Sie, Luther. Luther hat immer wieder gewusst, das entscheidende Heilmittel, das bis zum Ende wirkt. Und mit dem Gott seine Treue beweist und uns immer wieder mitteilt, ist das Wort Gottes. Und dann gab es die Pest in Wittenberg, 1527. Pest in Deutschland. Viele Kollegen und Studenten verlassen Wittenberg. Der Kurfürst will seine Universität um jeden Preis erhalten und evakuiert seine Professoren. Raus aus Wittenberg. Und Luther weigert sich. Luther sagt, hier sind meine Leute. Hier brauchen sie mich jetzt. Hier muss ich jetzt predigen. Wenn Pest ist, müssen wir die Kirchentüren nicht schließen, sondern mehr Gottesdienste machen. Selbst wenn die Leute sterben, wie sollen sie sich darauf vorbereiten, wenn ich dadurch, dass sie das Evangelium gepredigt bekommen. Ich muss hier sein. Er fühlt diese Verantwortung. Er hat viele Einquartierungen in seinem eigenen Haus. Er sagt immer sehr nüchtern, wir müssen lüften, wir müssen Medikamente weitergeben, wir machen hier nicht Harakiri. Wir sind nicht leichtsinnig. Wir waschen uns die Hände. All das hat er auch schon sehr deutlich gesagt. Aber er sagt, ich kann hier nicht weg. Seine Ehefrau ist schwanger zwischendurch. Ein Kind wird krank. Aber Gott bewahrt sie wunderbar. Luther selbst ist zwischendurch körperlich und seelisch angeschlagen. Aber der Herr trägt sie durch. Und Luther weiß, Gott ist treu. Gott handelt oft im Verborgenen. Luther hat auch einmal gesagt, Gott handelt oft verkleidet in sein Gegenteil. Wir erkennen es nicht. Aber er ist treu. Und Gottes Verborgenheit spricht niemals gegen seine Treue. Und wir wissen das umso gewisser, als Gott das auch versprochen hat. In 1. Korinther 10, Vers 13. Da sagt er uns durch Paulus, Gott ist treu. Der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Und dann zum Schluss gibt uns dieses Kapitel einen Hinweis. Inwiefern Gottes Verborgenheit, tja, auch für unser Leben heilsam sein kann. Hilfreich sein kann. Wenn wir noch einmal Vers 10 lesen. Hiob 2, Vers 10 zum Schluss. Er aber sprach zu ihr, du redest so wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Das meint nicht, er versündigte sich nicht oberflächlich. Also nach dem Motto, er beherrschte sich und ließ den Groll seines Herzens nicht über die Lippen kommen. So ist das definitiv nicht gemeint. Sondern es ist im Gegenteil so gemeint. Gottes Wort verweist immer wieder auf diesen engen Zusammenhang zwischen unseren wirklichen Worten und unserem Herzen. Und wenn Gott sagt, er versündigte sich nicht mit seinen Lippen, ist das zugleich eine Aussage über sein Herz. Ich erinnere noch einmal an das, was der Herr Jesus gesagt hat. Aus dem Herzen kommen auch die bösen Dinge, die uns dann über die Lippen gehen. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das steckt hier dahinter. Sprüche 18 sagt, die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser. Und Hiobs Bekenntnis zeigt schon jetzt, noch mitten, wo er mittendrin in dieser dunklen Wolke sitzt, wie er dort auf diesem Aschenhügel sitzt, im Dreck. Wie die Erfahrung von Gottes Verborgenheit seinen Glauben stärkt. Das wird am Ende, nach diesen 42 Kapiteln, noch viel deutlicher sein. Aber es beginnt schon hier. Und darum, Gottes Verborgenheit lehrt uns ausharren. Das ist das Letzte. Gottes Verborgenheit, liebe Geschwister und liebe Mitleidende, lehrt uns ausharren. Und auch Jakobus betont diesen Zusammenhang. Jakobus nennt das hier gewissermaßen als Hiobs Markenzeichen, als seine spezielle Prägung in Jakobus 5 Vers 11. Wir preisen glückselig, welches standhaft ausharren von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Er schreibt nicht, von Hiobs Leiden habt ihr gehört, das wusste er sowieso. Sondern er sagt, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, also das gute Ziel, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist von Mitleid und Erbarmen. Und weil der Herr von Mitleid und Erbarmen ist, hat er den Hiob gelehrt auszuharren. Und genau das brauchten die Leser von Jakobus. Denn die hatten eine Menge auszuhalten. Und da geht es ja schon in Kapitel 1 bei Jakobus Vers 2 los, wo er sagt, Jakobus 1 Vers 2, Er sagt, ihr habt Druck, aber es wird zu eurem Guten sein. Du hast Angst, aber Gott wird daraus einen Segen für dich erwachsen lassen. Du stehst plötzlich vor einer verrammelten Tür und sorgst dich um einen schwierigen Termin. Aber Gott wird es zu deinem Guten dienen lassen. Durch seine Treue, durch seine Macht. Und dadurch lehrt er dich auszuharren. Und in Vers 12, Jakobus 1 Vers 12, Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die hat der Herr nicht denen verheißen, die so starke Muskeln haben. Und die so ein stabiles Nervenkostüm haben. Und die von Natur aus nicht zu Depressionen neigen. Sondern er hat es denen versprochen, die ihn lieben. Und die wird er zum Ausharren bringen. Und die wird er durchbringen. Und deswegen ist Hiob das geniale Vorbild dafür. Denn an seinem standhaften Ausharren habt ihr gesehen, was Gottes Fürsorge und Gottes Mitleid und Gottes Liebe alles bewirken kann in eurem Leben. Und genau deshalb wurde es Paul Gerhardt ja geschenkt. Wir hatten das ja letzten Sonntag gesagt. Paul Gerhardt ist der Hiob des 17. Jahrhunderts. Genau das auch so nachzuleben, wie es Hiob gelebt hat. In diesem Lied, warum sollte ich mich denn grämen? Da sagt Paul Gerhardt in der fünften Strophe das, was hier in Vers 10 bei Hiob steht. Gott hat mich bei guten Tagen oft ergötzt. Sollte ich jetzt nicht auch etwas tragen? Das ist exakt hier unser Vers 10. Gott hat mich an guten Tagen oft ergötzt. Sollte ich jetzt nicht auch etwas tragen? Fromm ist Gott. Und damit meint er treu ist Gott. Und schärft mit Maßen. Sein Gericht kann mich nicht ganz und gar verlassen. Wenn Gott auch manchmal eine Pädagogik anwendet, die mir auf den ersten Blick wehtut. Aber er macht es mit Maßen, weil er treu ist. Und auch das, was mir als ein Gericht erscheint, er wird mich nie verlassen. Er wird mich immer durchbringen und ans Ziel führen. Und auch mit seiner Verborgenheit, die er uns manchmal zumutet, verfolgt er immer, immer, immer einen liebevollen, guten Plan. Und darum, liebe Geschwister, dürfen wir sehr getrost sein. Getrost, auch wenn diese Verborgenheit uns manchmal erschreckt. Ja, das war das Erste. Sie kann zur Anfechtung werden. Sie kann zur Anfechtung werden und sie wird uns große Nöte machen, wenn wir versuchen, ihr mit unseren eigenen Mitteln zu begegnen. Wenn wir versuchen, nach dem Urteil unseres doch sehr begrenzten menschlichen Verstandes, die Dinge zu klären und aufzulösen, dann kann, dann wird sie zur Anfechtung werden. Aber Gottes Verborgenheit spricht nicht gegen seine Macht. Mit keiner einzigen Silbe. Gottes Verborgenheit schränkt seine Macht und seinen Wachen über unserem Leben in keiner Sekunde ein. Und ebenso wenig drittens spricht Gottes Verborgenheit gegen seine Treue. Und darum setzt manchmal Gott diese Verborgenheit ein. als ein liebevolles Erziehungsmittel für seine Kinder. Und das ist dann das Vierte. Gottes Verborgenheit lehrt uns ausharren. Und am Ende wird Hiob sehr gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen. Am Ende wird er umso genauer wissen. Gott handelt in allem Geschehen. Und seine Pläne mit mir sind immer, immer vollkommen. Wir wissen, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und darum schließe ich mit den berühmten Versen von William Cowper. Cowper war ein hochbegabter Dichter des 18. Jahrhunderts, der sich klar zu Jesus bekehrt hatte, der die Gnade der Rechtfertigung, weil Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, voll verstanden und ergriffen hatte. Und er sagte, ich danke dir, Jesus, dass du meine Schuld stellvertretend getragen hast. Und ich nehme das für mich in Anspruch. Und mein Leben soll dir gehören in Zeit und Ewigkeit. So einer war Cowper, ja. Und sogleich hatte Cowper ein schweres Leben. Immer wieder griffen Depressionen nach ihm. Man weiß, dass Cowper von Zeit zu Zeit mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte. Und sein bester Freund und liebevoller Seelsorger wurde John Newton. John Newton, ehemaliger Sklavenhändler und der Dichter von Amazing Grace. Der hat sich so treu um Cowper gekümmert. Manchmal haben sie auch zusammen an Liedern gearbeitet. Und er hat diesen Cowper wirklich bewahrt. Er hat ihn immer wieder in dieser Gewissheit bestärkt, Gottes Pläne sind vollkommen. Und er hat dann den William Cowper so oft schon, das haben viele Menschen bezeugt, dazu gebraucht, um gerade durch seine leidgeprüften Lieder und Gedichte Angefochtene zu trösten. Und in einem seiner letzten Gedichte, wahrscheinlich ist es sogar seine letzte Hymne, da bekennt Cowper das nochmal, dass Gott, auch wenn er sich manchmal verbirgt, immer weiß, was er tut, dass seine Wege immer genial sind, immer bestimmt von Gottes Macht und von Gottes Treue. Das Gedicht heißt im Englischen God moves in a mysterious way his wonders to perform. Also wenn Gott seine Wunder tut, dann geht er oft auf sehr wundersame Weise vor. Und eine Mitarbeiterin hat es so übertragen, diese Verse, deswegen lese ich das jetzt auf Deutsch. Geheimnisvoll wirkt Gott der Herr. Der Grund bleibt oft verwehrt. Setzt Spuren seines Gangs ins Meer. Der Sturm ist sein Gefährt. In unermesslich tiefen Stollen schmiedet er der Unfehlbar Die Schätze, die ihm dienen sollen. Seinen Willen zu wirken, immer da. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein. Die Frucht ist süß und schön. Der blinde Unglaub irrt gar sehr. Fast Gottes Pläne nicht. Gott legt sich der einst selber aus. Macht alles klar und licht. Und in dieser letzten Strophe sagt Kauper nochmal, wir verstehen es oft nicht. In unserem blinden Irrglauben meinen wir, Gott hätte uns verlassen. Aber Gott legt sich aus. Gott wird einmal alles klar machen. Im Englischen heißt das so schön, God is his own interpreter and he will make it plain. Gott ist sein eigener Interpret. Gott wird es uns ganz klar machen. Und dann werden wir ihn nichts mehr fragen. Und wir werden sehen, es war alles genial, was er mit unserem Leben gemacht hat. Und er war immer treu. Der blinde Unglaub irrt gar sehr. Fast Gottes Pläne nicht. Gott legt sich der einst selber aus. Macht alles klar und licht. Allmächtiger Gott und Vater, dafür danken wir dir, dass du deine Macht zu keiner zehntel Sekunde aus den Händen gibst. Und dass du die deinen, die dich lieb haben, wie Hiob dich lieb hatte und die trotz ihrer Schwächen und Fehler mit ihrer ganzen Existenz an dir hängen, dass du die in keiner Sekunde aus dem Blick verlierst. Auch wenn wir manche Wege, die du mit uns gehst, nicht verstehen zurzeit. Aber wir wollen dir vertrauen und wir bitten dich, dass du uns auch dieses Ausharren lehrst und dass wir auf diesem Weg, den du uns führst, immer mehr zum Staunen kommen über deine Treue und über deine Macht. Und wir danken dir dafür, dass du versprochen hast, dass am Ende der Zeiten, in der Ewigkeit, wenn wir einmal dich von Angesicht zu Angesicht sehen, alles noch einmal klar sein wird und wir dich dann loben und dann beten werden für jeden Weg, den du uns geführt hast. Herr, und das wollen wir auch jetzt schon tun. Gib uns dazu wirklich deine Kraft und wir bitten dich besonders, dass du dich über die erbarmst, die momentan ja in einer doch besonders tiefen Angst, in einer tiefen Depression, in einer schlimmen Krankheit, in einer tiefen Krise stecken, Herr. Halte du ihre Hand ganz fest und erbarme dich über uns alle, du lieber, guter Herr. Amen. Nun lassen Sie uns miteinander singen Alles geb ich dir, mein ganzes Leben gehört dir und du wirst es gut machen. Gott befohlen.